Ladies and gentlemen, wenn es einen Gott gibt, dann wo bist du? Gott, wo bist du? Das kann doch nicht wahr sein. So viel Geduld hat niemand. Nicht mal der Papst. Und ich kenne ihn. Er hat Geduld. Okay. Also, Ruhe bewahren. Auch wenn das das Letzte ist, was ich tue, ich werde ein Werwolf sein. Ja. Habe ich gut geredet? Gut. Dann kämpfe und sterbe für dein Heimatland. Nein, das ist von einem falschen Film. Egal. Oh Gott, ich habe zu oft gespeichert. Oh mein Gott. Also, Atronach, mach etwas. Mach etwas. Mach etwas. Mach etwas. Ich will weiterkommen. Mach etwas. Ah, hast du noch einen Namen? Harus, eh? Harus. Hört sich an wie eine... Zeige ich lieber nicht. Oh mein Gott. Guck mal, wie giftig er ist. Oh Gott. Guck, 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 guck. Wo gehst du? Wo? Leben. Wo gehst du hin? Oh Gott. Ich komme zu dir. Junge, das ist stressbrutal. Ah, wen spukst du an? Oha. Wohin gehst du? Oh mein Gott, der kommt zu mir. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Oh scheiße. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube schon. Dann ist gut. Er soll leiden. Harus, komm mal. Harus. Harus, stirb. Oha. Oh Gott, oh Gott. Diese Ameisenbären, die sind wirklich brutal nervig. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, er stirbt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt doch einen Gott. Es gibt doch einen Gott. So wird der Titel heißen. Es gibt doch einen Gott. So. Harus? Wie viele gibt es noch von euch, eh? Große Familie. Ja, ich will auch mal viele Kinder. Falls ich reich werde und in Saus und Braus lebe, dann sehe ich es. Und wenn ich arm werde und gar kein Geld habe, dann will ich fünf. So habe ich gedacht. Ja, und wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, Atro, mach etwas. Guck mal. Guck, er ist am Genießen. Bist du am Genießen? Hätte ich dich runterwerfen sollen. Oh mein Gott. Wehe. Fass du mich an. Oh shit. Okay, okay. One minute. One minute. Nein, nein. Sprich. Alter, was ist das denn? Axt? Axt? Zweig. Hey. Oha, er hat mich angegriffen. Du Haiwan, du. Mein Gott. Mein Herz. Nimm das auf. Es muss auf, damit man sieht, wie ich den getötet habe. Ja, habt ihr gesehen? Ja. Das war meine Unterschrift. Ich habe erst angefangen. Guck, 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 guck. Oh mein Gott, guck, wie viel. Ey. Oha, oha. Oh shit. Was ist das für ein Held? Wirklich. Wirklich. Jetzt spucke ich dich an. Und du wirst sagen, Yara bi shukir. Weißt du, was das bedeutet? Gott sei Dank, wirst du sagen. Ja, jetzt spucke ich dich an. Wo bist du? Wo ist das Pünkchen? Ey, guck mal. Athlet, Mann. Er hat nicht mal geschaut. Habt ihr gesehen, wie er mich angespuckt hat? Niemand spuckt mich an. Nur ich spucke mich an. Das wirst du bezahlen. Ja, ich habe ihn getroffen, aber komisch. Er hätte sterben müssen. Er stirbt nicht. Au, nein. Nein. Er wäre tot. Bitte, keine Khajiit. Ich hasse die Khajiit. Diese Ausländer. Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich meine, Khajiit mag ich nicht. Katzen mag ich. Leben jetzt alle. Uff. Was ist das für eine Mission? Die ganze Nacht schon. Gott, ich komme zu dir. Aha. Aha. Idee. Idee. Scheiß, zu weit. So, jetzt da. Da musst du bleiben. Ja, jetzt kämpfe wie ein Mann. Ich warte oben. Wo ist das? Ah, es ist tot. Habe ich es getötet? Ich habe es getötet. Es ist gleichzeitig gestorben. Oh. Dann ist gut. Dann. Ja, es ist tot. Ich höre ihn doch. Ah, das bist du. Mein Gott. Atme doch nicht so laut. Ja, jetzt kommt er. Okay. Diese scheiß Pilze. du, du, du am tanzen. Oh, was ist das gewesen? Ich habe da Todesangst und er ist am tanzen. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Eier. Oh. Bisschen Proteine. Was habe ich getan, was ich das verdient habe? Ich dachte, da ist noch was. Hä? True oder so, nicht? Egal. Nicht egal. Du hast kein Geld. Such. Nein, nein. Such nicht. Such nicht. Ich hasse suchen. Aha, da ist er. Du. So hässlich. Du hast keinen Grund zum Leben. Aha, jetzt kämpfen sie. Endlich. Aha. Er hat nicht mehr so viel Leben. Oha. Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Jo. So, was ist das? Sein Popo noch? Hat so ausgesehen, ein bisschen. Nur ein bisschen. Was ist das? Pilze. Also, Atro, langsam werde ich stolz. Wo gehe ich jetzt hin? Scheiße. Aha, da. Genau. Also, ich bin stolz. Bisschen. Nur ein bisschen. Mehr kämpfen, weniger tanzen. So, Kerzenschein. Genau. Wann bekomme ich mal was Anständiges? Ja, neue Schuhe vielleicht. Kerzenschein. Kerzenschein. Er blindet mich noch. Hallo? Aha, wir sind da. Endlich. Wow. Ich habe das ja schon mal geschafft, bis dahin. Und dann, da konnten wir den Penner nicht töten. Und ich dachte, ja jetzt, nach sieben Stufen bist du doch genug stark. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Und das habe ich bewiesen. Das habe ich bewiesen. Wir sind nicht genug stark. Oh, scheiße. Nicht. Ich wollte das nicht. Oh. Oh Gott, oh Gott. Geh zurück. Hallo, Kriminal. Hallo, Kriminal. Hallo, Elvis. Äh, ich meine. Buffalo. Was? Wattofoli? Was? What the? What? Watto? What the hell? Watto? Watto? Hallo, Watto? Vertox. Hallo, Vertox. Wie lange warten? Ich habe mein ganzes Leben lang gewartet. Warte, Bruder. Warte. Du wirst es nicht bereuen. So. Ich habe gedacht, nur ein Punkt wäre, kann man nicht viel falsch machen. Ja. Einmal aufsteigen. Und dann sterben. Ja. Ich hoffe, wir überleben das. Weil ich will unbedingt, unbedingt, unbedingt diese Mission zu Ende machen. Zu Ende spielen, oder wie man das sagt. Ja, sonst raste ich aus. Ohne Scheiß. Ich raste aus. Geduld ist hier. Geduld ist hier. Warte. Warte. Hier irgendwo. Also Schmiedekunst muss ich unbedingt, unbedingt verbessern. Wirklich. Und Waffen herstellen. Es geht nicht mehr. Und alle verkaufen. Und dann reich werden. Und dann. Ja, und dann. Keine Ahnung. Aha. Nochmal. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es hässlich. Hässlich, meine ich. Hässlich. Oh. Hässlich. So, jetzt. Aber jetzt. Okay, okay. Jetzt, aber. Oh, neue Stufe. Oh, danke vielmal. Ich habe das nicht verdient. Definitiv nicht. Ähm, okay. Gesundheit. Ja. 270 Gesundheit und immer noch. War ein Hit. Also. Was soll ich sagen? Ähm. Jetzt. Was wichtig wäre. Beschwörung 24. Scheiße. Oh nein. Hier 25. Schauen wir mal. Ähm. Nein. Okay. Schauen wir mal. Schwere Rüstung an. 60. Schmiedekunst. Aha. 50. Das ist gut. Und das ist 80. Tschüss. Morug. 80. 80. 80. Bis ich 80 habe. Oh. Veränderung. Wiederherstellung. Ja. Wir müssen warten. Scheiß. Redekunst. Ich glaube machen wir das. Damit. Ja. 10% günstiger. Wird sich lohnen. Klar. So. Okay. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Es hat mich gefreut. Jetzt. Schauen wir mal. Wie das läuft. Ich hoffe. Wir überleben es. Okay. So. Speichern. Und ich lese mal kurz. Was ihr so geschrieben habt. Hallo Mia. Hallo. Ja. Ich war. Ich bin immer am Start. Hallo. Joe. Hallo. Hallo Joe. So. Okay. Ich will ihn nicht töten. Ich habe nichts gegen dich. Mia. Danke für den Follow. Dankeschön. Oh shit. Oh. Was ist das jetzt? Oha. Ja. Der hat es auf mich abgesehen. Ja. Das sieht so aus. Also. Was macht der Atronach? Oh. Der sieht geil aus. Gargoyle. Gargoyle. Den werde ich noch vermissen. Definitiv. Okay. Scheiße. Wieso habe ich die Waffe nicht verzaubert. Oh. Ich habe so. Keine Ahnung. Ab und zu. Wirklich. Aha. Jetzt. Oh nein. Nein. Also zwei Treffer und ich bin tot. Zwei Treffer und tot. Ja. Wir müssen. Keine Ahnung. Das kann man machen. Habe ich Zaubertränke? 30% mehr Schaden. Okay. Dann. Schnell. Schnell. 30%. 30%. Okay. Das. Werde ich sehen. Ah. 30%. Pena. Was? 30%? Oha. Das ist 30%. Und er heilt sich natürlich. Ja. Den töten wir sowieso. Das ist kein Problem. Also. Ich hoffe. Aha. Oh oh Ja Seht ihr? Ich habe keine Schreie, das ist das Problem This is the problem Zweifachen Schaden Entdeckt Er hält sich ja sowieso Also das Spiel ist auf Legendär wirklich mühsam Habe ich das schon mal gesagt? Oh Okay 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 Flammen Flame to flame Treffe ich ihn? Oh So oder so Werden wir heute noch töten Garantiert Wie lange es dauert? Das ist die Frage Weil ich hoffe nicht allzu lange Der stresst mich jetzt schon Ich habe die Ich habe Heilung Ich habe gedacht das Heilung Shit nochmal also den Falmer den muss ich gar nicht angreifen weil der heilt sich ja sowieso dann an Lieber den oh go na go na trick zurück aha er kommt gar nicht durch oh oh ok na dann ähm bekleidung habe ich alles an oder fehlt etwas? kann ja sein ich meine vielleicht habe ich ja was vergessen anzuziehen ich hoffe ich habe was vergessen leben ja schön also menü finde ich gut sieht gut aus ok jetzt defensiver definitiv wenn ich schon so schnell abkratze dann aber guck der ist ja auch nicht der ist so stark ich hätte ein bisschen bogen vielleicht verbessern sollen so sieht es nämlich aus boah der heilt sich ja sowieso so jetzt brauchen wir genau jetzt einen Atronachen so genau lauf Murug lauf du mit deinem Tanga stresst mich sowieso ich komme nicht durch oh man oh 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 doppelt oh ähm ja er hat schon viel Schaden aber er heilt sich ja das ist ja das Problem sonst kein Problem boah boah ja sonst ist ja es ist das ja gar kein Problem ne wenn er sich nicht die ganze Zeit heilen würde boah er kommt mit so speichern boah jetzt vielleicht schaffen wir es oh 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 man ein Treffer guck mal wieviel Schaden er macht ist das nicht wunderschön und den Atronachen ignoriert er ich weiß nicht ob ihr das gemerkt habt so aha jetzt nicht ah endlich oh fuck weil wisst ihr wieso er weiß ganz genau weil ich den Bogen habe oh scheiße ok komm da ist er schon wieder da ja das Leben ist halt nicht so einfach wie man sieht Leider bin ich noch da Elektrik was hast du geschrieben Elektrik bitte nichts unanständiges Leute oh nein pfff ok der wird sich sowieso heilen ja also deswegen keine Ahnung ob das das bringt der wird sich gleich heilen dann haut er ab verpisst er sich und dann kann ich hinterher renn oh oh shit oh shit oh shit geh weg oh gott oh gott würde ich nach Winterfeste gehen und wenn ich Geld hätte guck mal wie er sich heilt oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ist das denn was ist das denn was ist das denn scheiße wer ist das denn wer ist das denn meinst du ein Boss oder so den kenne ich nämlich nicht jetzt oha oha So gut jetzt speichern ganz kurz ich muss mal ganz kurz hat mir nachricht geschickt ich weiß nicht von was er spricht ehrlich gesagt ganz kurz ah fuck hey skytech wie geht's so tut mir leid musste kurz sein musste kurz etwas schauen wichtig ja ich glaube wir schaffen das habt ihr gesehen wie er sich heilt wie will ich das schaffen jetzt ohne scheiß mit schwer angriffen vielleicht so immer wenn ich wenn ich als speichere so 30 minuten sind schon um aber ich werde weiter weiter aufnehmen noch fünf minuten weil wir so oft gestorben sind als kleines alter denn der trifft mich so pizzi nicht mal und dann ja was soll ich sagen was das es ist alles essen alles essen ja okay ich habe eine idee mal schauen ob das klappt den müssen wir jetzt töten es ist zu spät ich bin schon da und wenn ich den nicht hütte dann raste ich aus jetzt ohne scheiß also ich habe gar nichts ich habe wirklich nichts keine schreie nichts nur das was das ich mache mir guten schaden ne er heilt sich er heilt sich und nebenbei greift er mich an er ist wirklich ein multi-kulti gratuliere ich habe eine idee guck mal wie er sich heilt guck mal wie er sich heilt scheiße oh jetzt sieht ihr das ich weiß nicht ob er das sieht was soll ich dazu sagen ich weiß schon ich weiß schon ich war ja ich habe eine idee ja zwei hinter oh jetzt aber jetzt wirst du bluten 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 uff noch einmal ne ich hätte das oh nein oh nein ich bin tot aber ich hätte das vorhin nehmen sollen ne genau definitiv jetzt wird es knapp also ich glaube ja aber die idee ist gut noch drei minuten nehme ich auf die idee ist gut mit zwei händen genau habe ich da gespeichert was ist das scharmutta ok ähm Heilung so noch einmal und jetzt Objekte Zaubertränke Leben was was uns definitiv fehlt zurzeit komm boah ok gib ihm gib ihm uff was für ein Mann 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 ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ich weiß nicht was machen dieser Penner stresst ja jetzt bin ich tot er passt sich immer an was ich mache das ist das ihm das ist scheiße und mit dem Zweihänder mache ich auch nicht so viel Schaden ja also es lohnt sich irgendwie nicht vielleicht mit dem Schild vielleicht mit dem Schild wäre das gut gute idee keine ahnung steinhaut oder einfach so weitermachen und ja ich treffe ihn nicht mal er ist vor mir ich treffe ihn Dinosaurier Dinosaurier der heilt sich extrem, so will ich mich auch heilen können. Hey, du hast noch ein bisschen, du kannst dich ein bisschen mehr heilen, also wir haben Zeit. Machen wir noch 5 Minuten, also die Aufnahme. Seht ihr, habt ihr gesehen, jetzt ohne Scheiß, jetzt ohne Scheiß, Ladies and Gentlemen, habt ihr das gesehen? Ich habe gar keinen Schaden gemacht, habt ihr das gesehen? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wow, wirklich wow. So muss ein Gegner sein. So muss ein Gegner sein. Nun, ja, das ist jetzt das Problem. Nun, mit dem Bogen, das dauert Jahre. Bis er stirbt. Vor allem, wenn er sich heilt, ist sowieso wieder gewesen. Ah, super, ich sehe ihn nicht. Oh, okay. Na, super, ich sehe ihn nicht. Okay, okay. Gut. So, immer speichern. Nach einem Treffer, immer speichern. Sonst hört das nie auf, wie es aussieht. Alter, wieso spannt du den Bogen nicht? Ich habe zweimal, habe ich voll gedrückt und es spannt den Bogen nicht. Das ist so, das ist so, das ist so beschissen. Okay, Atronache, komm. So. Und den Bogen wieder speichern. Jetzt heilt er sich. Jetzt müsst ihr schauen, wie viel, wie er sich heilt. Vollarm übertreiben. Oh. Ähm. Was nun? Ja klar, ich muss ja speichern. Ich komme gar nicht nach, wie man sieht. Wenn ich jetzt ihn angreife und er sich heilt, ich komme gar nicht nach. Sieht ihr? So. Sieht man das? Das ist zu extrem. Er heilt sich. Oh nein, oh nein, jetzt, ja nicht sterben. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, in der Luft, in der Luft trifft er mich noch. Okay. Ähm. Ähm. Zaubertränke. Ähm. Wieso kann er mich, wieso kann er mich, also sieht hier, sieht man das, also ihr müsst mal schauen. Ich, obwohl ich den Schrei benutzt habe, und jetzt schon wieder das Problem. Obwohl ich den Schrei benutzt habe, hat es nichts gewirkt. Und ich habe getroffen. Das ist unglaublich. Ich speichere ja sowieso jede Sekunde, daher. Ah. So oder so, er muss treffen. Ja. Gut, gut. Gut. Oh mein Gott. Übertrieben, Mann. Das ist echt übertrieben. Machen wir doch. Vier Minuten. Vielleicht schaffen wir das. Also dieser Gegner ist schwieriger als alle Dark Souls-Bosse, die ich je gespielt habe. Der Penner heilt sich. Und. Ja, und du kannst ihn schlagen. Aber, ja. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Scheiße, ist mich da runtergefallen. Ich habe eine Idee. Ja. Und zwar, ich werde jetzt die Aufnahme hier beenden. Und dann offline, also offline, im Stream, im Livestream, werde ich Lautlosigkeit verbessern. Also mit Lautlosigkeit ein bisschen den Charakter verbessern. Und dann, im nächsten Part, und im nächsten Part, wieder bekämpfen. Ja. Anders geht's nicht. So, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt noch Geduld. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Dann. Dann. Vielen Dank.